Hallo Berlin, hallo Zeitzeiten. Ich bin Sven und wir sind die Utopianale, ein Dokumentarfilmfestival aus Hannover. Und wir wollen die Menschen zu einem neuen Blick anreden. In die Natur, in ihren Stadtteil und in ihren Alltag. Für einen frischen und aufgeschlossenen Blick miteinander. Eben eine Reise zum Glück, für den wir den Anstoß geben. Über Dokumentarfilm. Von Film bleibt aber oft nur der Titel hängen. Oder eine Szene. Oder ein Gespräch mit den Leuten neben sich. Am Ende der Utopianale sollen umsetzbare Impulse in den Köpfen entstehen. Deswegen bringen wir Menschen aus allen Stadtteilen nebenbei zum Brunch an einen Tisch. Öffnen Gesprächsrunden mit Aktiven, die selbst an ihren Utopien arbeiten. Und veranstalten Workshops mit Stadtmachern, um lokale Anknüpfpunkte zu schaffen. Und genau dafür brauchen wir eure Unterstützung. Wir werden kommenden Februar für zwei Tage das Freizeitheim im Stadtteil Linden bespielen. Und unser Wunsch dabei? 700 Besuch nehmen. Freier Eintritt. Eine Bühne für außergewöhnliche Formen internationaler Dokumentation. Aber vor allem auch faire Leihgebühren für das Engagement der Kunstschaffenden. Und guter Content auf unseren Bühnen. Das heißt fremde Expertisen, um die Leute auch wirklich zu begeistern. Am Ende eine große Agenda für die mittlerweile siebte Utopianale. Aber weil es immer einen Morgen gibt, auch den Versuch wert. Und deswegen wollen wir euch in Berlin kennenlernen. Bis dahin, ich bin Sven von der Utopianale.